Musik Ja, hallo, ich grüße euch. Ich bin Joy, Joy Gabrielle, und ich bin auf dem Paradigmen-Kongress dabei. Und ich habe etwas mitgebracht, nämlich mein Schwert. Ja, das soll euch keine Angst machen. Das Schwert steht für eine feurige, ausgerichtete Kraft, nämlich wirklich deins zu leben, deins in die Welt zu bringen, ausgerichtet zu sein, und in dir zu unterscheiden, was ist deine Wahrheit, wo bist du wahrhaftig, und das in die Welt zu bringen. Ja, mit diesem Paradigmen-Kongress ein neues Paradigma zu leben, die Wahrheit, deine eigene Wahrheit, und vom Herzen aus zu leben, Seelengefühl zu leben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. und hier bin ich. Das ist das in der Welt zu sehen,